Respawn Oh, ich kann den ganzen Scheiß ansammeln Nimm die tote Kröte und den Papagei Boah, du hast eine Steine her? Ähm, Liane Brauchen alle kleine Steine Achso, du kannst dich Hey, warte mal, da sinkt jemand Ja, da hast du doch Stämme Aber wir brauchen halt Wasser Es geht ab Du bist vielleicht tot, Alter Ei Alter, die haben voll lieb gesungen, Mann Warum gehen die denn jetzt auf mich los? Was ist mit euch? Alter Oh mein Gott Okay Wo kann ich denn, äh, was zwischen Crafting-Gedöns? Das ist wie so bei The Forest, glaube ich Oh, shit, Alter Mein Herz, Mann Ich denke, so rascheln, drehe ich mich um Dann rennt wieder so ein Psychopath auf mich los Alle Larve, komm mit Mann, Mann Was mache ich denn gegen die? Ich kann gar nicht so weit wegrennen Da bist du Hey, was geht? Ich bringe Freunde mit Hallo Mach mal was Alter Du brauchst den Hammer Oh, was machst du mit? Ah, wir können die boxen Alter, nicht mich Oh Ich bin tot Alter, wieso brichst du die Homos mit, Alter? Ich wusste nicht, dass du da bist Ich bin einfach weggerannt Ich wusste ja gar nicht, wo du bist Holy Fucking Jetzt habe ich voll viel eingesammelt Und du brichst so ein Homos damit, Alter Ich habe mehrere Homos mitgebracht Ja, das Problem ist, glaube ich Die sind direkt bei uns im Spawn, irgendwie Ja, aber wie kann man denn was Unbekannt denn, was? Ich esse die schon Ja, im Zweifelfall essen Ja, gut, jetzt ist glaube ich Das ist gut Ja, die ist gut Ah, die fallen hier von diesen Dingen runter Also, grafisch Guck mal, wie die Sonne da so durch die Bäume durchgeht Naja, das sieht ja gut aus Wir dürfen jetzt mal nicht verlieren uns Hast du jetzt schon Steine gefunden, die überall rumliegen? Mann Jetzt hast du dich rein Was ist das? Oh, das sieht nicht gut aus Was ist das? Oha, also die Sonne Unbekannter Pilz Der sieht echt nicht so toll aus Ich glaube, den lasse ich mal aus Du kannst den Scheiß ja mal einsammeln Du musst ja nicht gleich essen Ich würde noch keine Beine Das sieht echt nicht cool aus, Alter Ich glaube, wenn ich den anfasse Dann... Das sieht einer Was? Dann geh nicht da hin Ich bin hier auf der anderen Seite vom Baum Ja, ich bin weggelaufen Und Jane? Hier, ne, großer Stein Ja, pass auf, geh da nicht rein Warum? Ja, weil ich davor schon drin war Und habe die Krätze geholt Deswegen sag ich ja Geh mal da unten weg Da sind wir schon gestorben Das ist kein guter Ort Und dann nehmt ihr erstmal die scheiß Schnecken mit Ah, Bananen Scheiße Hier hat's noch, was? Irgendwas hat mich angefangen Ja, dann komm mal hier hoch Hier hat's noch Bananen Ausschlag Ja, wir brauchen jetzt Steine Und dieses Blatt Davor überleben wir eh keinen Meter Hier hat's noch eine Banane Nimm die mit Boah, jetzt wird's doch dunkel, oder was? Holy shit Ja, ich, äh Lass mal einfach jetzt hier hinlegen, oder? Wie mach ich das? C Schlafen